Jola, willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal Ich hab... Ja, weißt ja, ich fang mal Gaming Videos an, deswegen hab ich mir gedacht, ich fang mit Fortnite-Videos ähm, Chili-Ger-Duo, ne, ja, das ist voll du Teams-Runde mit dabei sind zwei Special Guests Well, weißt du, fünf Spiele haben ja alle schlechte Spiele auf ganz Europa Und einmal... noch... Salatfasse Salatfrisse Einmal Salatkopf, einmal 20 unterstrich... Varian, Kappa Das ist ein echtes? Mit Sternschaum und die Naumskin Ha, ich hab's mit Munition geklaut Perfekte behinderte Runde, Fanta, macht super Spaß für euch Fortnite platziert in jedem Haus 30 Tonnen Munition Ey, komm mir, komm mir, komm mir, komm mir, komm mir, komm mir, komm mir Ey, lass mir das helfen, ey, lass mir das helfen, bitte, bitte Ey, kenn ich das krass, ne? So Das ist toll der OG Habt ihr schon gewusst, dass man hier durch kann? Ohne, 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 ohne... Ohne, ohne... ohne... nicht mehr ein Schuss mit einer neuen ein in der Mann und ich habe ja Eidrich ein Schuss die Acker in der Kumpel er war ich weiß in der Nähe der Bekannten Heike Banken der Milchjahr war YouTube Redner 2020 sind recht bescheuert und das war und davon stehen und das an der Burg die Mauerung natürlich das haben wir mit dem Grund die Ressort Ich bin schneller aufs Dörfer als du. So, dann wird der jetzt gesittert, weil ich nur ein Zip habe. Ich bin schon gelaufen, aber egal. Nein, warum kriegst du den ganze Zeit? Hier kommt die Klappe. Ich mach extra den Radio aus, weil ich kein Copyright Strikes bekommen will. Kommst du mir, dann bist du ein Gegner. Ja, Fanta, komm. No, no, er ist soweit, er ist soweit. Kommt! Ja, Muggi, ich bin hier ein Gegner. Jetzt! Da. Fanta, kannst du es einfach um die für mich geben? Ich hab gar nichts. Nun. Ja, ich hab auch nichts. Kann ich fahren, bitte? Tschüss! Oh, und guck, und guck. Das ist so behindert. Da vorne ist einer. Ey, ich fahre mir hinterher! Los. Schnell! Gummim. Ich fahre mir hinterher! Boah, ich bin das. Oh, ja. Fantasie und Langwein daher. Ich fahre mir hinterher. Ich fahre mir hinterher. Ich fahre mir hinterher. Ich fahre mir hinterher. ich kann nicht werden sie wollen um der hallo Gegner wie geht es sehr wenn ich jetzt holt Rassli saus! Oh Gott, der ist so schlecht! Ist der echt schlecht? Ja, wenn ich jetzt von dir ne? Aber! Ich hab das Gefühl deiner am Finger gehabt! Ah, schöner Lust für mich, fand ich halt richtig viel übergelassen, ey! Dile! Das ist so Dile! So Dile! Geil! Einfach geil! Dile! Das ist so Dile! Die ganze Runde keine Gegner! Ja, voll die Spannung, dass du gefühlt ein Gegner auf der ganzen Map... Warte, ich glaub, du musst ein bisschen mehr reden mit deiner Community! Was ist das denn? Sag das doch mal! Community! Ja, hallo Community! 10.000 Likes! Ich schaff das aber nicht! Heim geiler! Okay, weil ich die 10.000 Achsen schaff! Dann 10 Likes! Komm, macht mal die 100 Likes voll! Da kommt das nächste Tätik-Video! Und bei mir eine Million, okay? Heim geiler! Ja! Ich werde irgendwann 1 Billionen Atmos erreichen! Ja, wenn die jeden Tag 100 Livestream, ja! Livestream kann man das... Also mach nur die G-Max! Mach nur die G-Max! Ähm... Leute, verarschen! Ey, vorne ganz... äh... Trio! Mach Hilfe! Please! Wo bist du? Ja, hier hinten! Als ich fahr 4.000 Kilometer zu dir! Ja! Natürlich! Da bin ich! Und der würde... Ja, ich finde auch noch gerade! Ich bin alles Dinger! Maschallah! Oder... Ich hab dir nicht umsonst zu dir gefallen! Oh! Aber das hätte das dir gefallen! Oh! auch nicht doch nicht schon das abgeben es ist eine dann verliere ich auch noch gegen den doch einer los habe ich da hinten kommt noch ein aus der zähne doch ein paar vier leute hintereinander warum bin ich auf dem pc das wort mehr gewechselt auf das gewicht war ich so gut da war ich besser als die bube das stimmt ich bin ich war eigentlich gefühlt wird ich gefühlt schlechter sind dann steht noch durch kontroler pc aber auswicht kann ich ja doch nicht mehr spielen ich bin der beste noch einer gesnipe der schoss 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 blutrennen phantom stich lassen macht man das so mit dem stich lassen ja ich habe schon nur nach der b 6 was 6 ich habe 2 ap er hat einmal kurz los und dann wiederbelebt ihn weiter ich darf nicht dann abbrechen ich habe jetzt auch auch verrecken lassen und den ganzen will über das hatte drei jahre gedauert dass man einen gedrückt hat mann ist noch ein Land und ein Land und ein Zünder Prozent K ich habe tschüss haha tschüss kleiner Pesser tschüss also fahrt einfach nur wo weg, ne? tschüss CC kenn ich finde ich kann, den Wolf und Kübel ich bin elevator ich habe einen kill von der waving mehr zu laufen ja, aber nach zehn kills mein Lamm gibt's halt so schnell, ne? das T Dos oh mein Gott T resilient ja, oh mein Gott Lack Lack und abhauen und hab ich abhauen Kann ich doch mal ne Auto finden? Ja, du hast mich als Auto gefunden hier bin ich doch schon Miau Mach ein Radio aus Ich hab einmal Rieser gefunden, der ist halt von mir weg Wann, der stirbt wegen Miau Gott, ich kenne die Ich bin so richtig in Lampen zu gefahren, wird ausgestiegen und er Warum lachst du so, heißt sie? Ach, komm Warum ich habe mir gedacht ich habe mir gedacht dass du mich oh mein gott was geht hier kommt man auch hier heilig eröffnet schmutzigen felsen kennig ja schlecht schmerz ihr müsst heute mindestens 10 Likes bei dem hinterlassen ok 10 Likes nur der ist nicht gut in Fortnite, deswegen oder ne 11 Likes die sind alle Likes die sind alle Likes die sind alle Likes die sind alle Likes übrigens wenn ihr euch fragt warum der zweite Teil von meiner Schwester soll nicht schminken und ich komm meine Schwester ist Frank die hat Corona passiert nicht aber... wenn ihr mich im Fortnite adden wollt mit mir mal ne runter spielen wollt oh mein Gott ja ich komm doch kurz ich heiße Cola-Bär ja ich weiß nicht warum mir so ein behinderter Name eingefallen ist aber wenn du mich mit mir ne runter springen wollt dann ändert mich halt also unser Team hat gerade verlassen weil er nur am ausrasten ist der guckt sich mal Pornow an und ja wer kann das nicht sagen der gibt mir einfach Fanta ey kenn ich hör auf sonst mit Fanta ne ja das darf ich noch sagen naja gibt nicht ach scheiß drauf ja Leute beleidigen kann man ja aber ne ist ja nur die einmalige Sache ist ja nur nemalige Sache lecker ne EIMALIGE ja Ja, das ist Naher hier Wo-o-o-oh Es wird das nochmal gesnabed Oh, nein, nicht mehr Kopfesw tap, wo-o-o-o-o-o-o-o-o drei ja gar nicht auf dem war verlassen aus deutschland wir werden gleich ein bisschen kreativ spielen und ja super maxi und leute jetzt werdet ihr mir mal zu gucken weil ich bin der komplette profi und ich hätte die bestimmt und ich habe seinen külge finish auf jeden fall jetzt könnt ihr einfach mal sehen wie spiel heißt so viel spaß ja ja aber trotzdem nicht getroffen ja 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 Hier gehe ich runter, macht keinen Sinn, wenn ich da lang gehe. Neustartkarte ist weg. Schön, ich muss kurz zu retten. Ja, auch voll zu retten. Du rennst ja auch nur auf den Markt. Das ist auf jeden Fall zu retten. Der ganze Luft hier runter. So scheiße. Die hätte es so gebraucht worden. Mit dir. Fuck. Zu belastend. Nein, nur ein Sniper-Schuss. Fuck. Ja, das ist mein Tod. Wo ist das Sniper-Money? Geht doch gar nicht. Da kommt mit dieser scheiß Seilbahn zu mir. Dann geh, dann geh in GTA zu Armination. Und das Sniper-Schuss. Ich fand das alleine. Nein. Nein. Fuck. Ach. GG. Digga, mein letzter Gegner. Entschuldigung, ne? Ja, das war's vom YouTube-Video. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Willst du auch was sagen? Ne? Okay. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.